Haus Nordstrand liegt im Ortskern von Gören in einer ruhigen Seitenstraße nur drei Gehminuten vom kilometerlangen feinsandigen Nordstrand entfernt. Den Gast erwarten hier zwölf elegante und modern ausgestattete Apartments. Diese sind zwischen 36 und 72 Quadratmeter groß und bieten zwei bis vier Personen, also auch Familien mit Kindern, viel Platz. Von den Balkonen aus genießt man einen einzigartigen Blick über die Altstadt Görens hinweg bis zum Strand und der Ostsee. Balsam für die Seele. Gören bietet sich für den Urlaub insofern an, dass wir erstmal der einzige Ort auf Rügen sind, der zwei Strände hat. Zum zweiten sind wir der einzige Kneippkurort in Mecklenburg-Vorpommern. Haus Stahldeck liegt nur wenige Meter entfernt im verkehrsberuhigten Ortskern. Im Erdgeschoss des herrschaftlichen Haupthauses beherbergt es Hallenbad, Sauna und Wellnessbereich. Die Gäste des Hauses können dies natürlich nutzen. Die Ferienwohnungen hier sind ebenfalls großzügig geschnitten und weisen einen hochwertigen Standard auf. Auch die Einbauküchen sind komplett ausgestattet. Hier fehlt es an nichts. Ein Ambiente, in dem man sich gleich heimisch fühlt. Egal ob man sich mit einem Buch im Strandkorb zurückziehen möchte oder aber das große Wassersportangebot nutzen möchte, hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Mit 578 Kilometer Küste, Kultur- und Naturpur, atemberaubender Fernsicht, majestätischen Kreidefelsen gilt Rügen als Perle der Ostsee. Deutschlands größte Insel ist nicht nur die sonnenreichste, sondern auch die schönste. Doch nicht nur die Strände, auch die regionalen Highlights wie Cap Arcona mit den historischen Leuchttürmen sind eine Heisewelt. Gören ist der perfekte Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Urlaub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017